Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's mit Sherlock Holmes in Sherlock Holmes Chapter 1. Wir sind, wie hieß es? Certified Crime Scene Investigator, Consultant, irgendetwas. Also, zertifizierter Crime Scene, ja, Tatort. Quasi, Untersucher, Berater. Sowas in der Richtung. Wir dürfen Leute festnehmen, wir können Leute festnehmen. Die Polizeiware von Cordona ist komplett unterbesetzt, haben wir gelernt. Der Collegesta, der ist eigentlich ein ausgebildeter Inspektor und muss hier an der Theke seinen Dienst schieben. Es wird auch der Oberinspektor vermisst, aber das ist ein Fall, den wir noch nicht haben. Unsere Fälle, die wir gerade haben, sind natürlich der Hauptfall Mutterliebe. Wir sind dazu angehalten, unser Herrenhaus, unser ehemaliges Elternhaus, Mutterhaus, wiederzufinden, um dort weitere Untersuchungen anzustellen. Wir haben aber am schwarzen Brett am Ende der letzten Episode auch diesen Fall hier gestartet. Geschwungene Fäuste. Und was heißt es denn dazu? Aussage des Dockarbeiters. Ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Hätte ich einfach tatenlos herumsitzen sollen, als wäre nichts passiert? Ich griff wohl nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr, sagt dieser Dockarbeiter. Der Händler sagt, dieser Matrose schubste mich herum, dabei habe ich doch nur aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttet. Und ich rempelte dabei den Soldaten an, der dann auf mich losging, als wäre es meine Schuld gewesen. Ich musste mich wehren, aber dann zog mir jemand eine Flasche über den Kopf und ich wurde ohnmächtig. Du hast aber Glück, wenn du jemandem eine Flasche über den Kopf ziehst, dann kannst du da sonst welche Schädelbrüche davon tragen. Und diese komischen Flaschen im Film, die sind alle so aus Zucker. Aber so eine richtige Flasche, also das ist eine Mordwaffe. Also du hast ja Glück, dass du es noch überlebt hast, hier, Freundchen. Und das ist dann der Soldat. Und Brille zu Bruch. Das war die einzige Brille, die ich hatte. Dieser osmanische Abschaum hasst jeden von uns. Wie lange müssen wir uns noch mit ihm abgeben? Und? Bericht Nummer 1804. Bei einer Schlägerei in der Bar Golden Eel, Goldener Aal, wurde ein Matrose erstochen. Ach du meine Güte. Die Bar befindet sich an der Scarlet Street in der Altstadt westlich von der Sesam Street. Verdächtige, der Soldat, der Dockarbeiter und der Händler. Alle Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Für den Fall sind weitere Ermittlungen nötig. Okay, das klingt nicht uninteressant. Aber. Wir könnten ja auch versuchen mal unser altes Heim wiederzufinden, weil ich glaube. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber es wäre natürlich rein von der Spielmechanik ja gut und sehr naheliegend, dass wir dort eine Art Basis einrichten. Denn im Moment haben wir eine ganze Nacht lang nicht geschlafen. Was spielmechanisch egal ist, rollenspielerisch nicht. Und sind auch nicht mehr im Hotel eingecheckt. Also ist die Suche nach einem Unterschlupf womöglich irgendwie dann doch wichtiger. So, die Markierung hier. Die nehme ich weg. Also, in der Altstadt, ach nee, wir müssen erst mal Grand Sarai suchen, genau. Das ist das Hotel. Es war die Rede, man hat eine Kirche gesehen. Und diesen Aquädukt, oder? Oder eine Brücke? Also diese Linie hier, das ist womöglich, ist das der Rest des Aquädukts des Antiken. Der geht hier so rum. Die Teil des Aquädukts haben wir mal gesehen. Und das hier könnten weitere Teile sein. Tja, wo könnte hier eine Kirche sein? Wir müssen, um das Haus zu finden, das hier sowieso an Markern. Ach, wir können Leute danach befragen. Verstehe. Aber dazu sollten wir wahrscheinlich erst mal nach Grand Sarai gehen, richtig? Dazu muss ich im Grunde genommen immer nach Süden gehen. Ausgehen wir mal hin, irgendwie. Da laufe ich jetzt mal ein bisschen schneller, weil sonst brauche ich den Rest der Episode, um dort hinzukommen. Und das, was wir rechts sehen, das ist ja nur das Bild aus Sherlock's Erinnerung, weil sonst könnte man das Bild ja jemandem zeigen und sagen, hey, kennst du das Haus? Und dann würde man schon irgendwie jemanden finden, der dann sagt, ja, natürlich. Aber schon erstaunlich, dass er so traumatisiert war, dass er irgendwie alles vergessen hat. Wir sind gleich im richtigen Stadtteil. Brückekirche auf einem Hügel. Das hier könnte schon ein Herrenhaus sein. Also das hier links, das ist ja auch irgendwie ein Herrenhaus, aber das hat so dreieckige Giebel. Das passt nicht. Rein von der Stadtkarte her, denke ich, könnte es das hier vielleicht sein. Hügel, Kirche und so, Brücke, wer weiß. Wir gehen mal rechts rum bis zu dem Kreisverkehr und dann links rum die Leblanc Road. Das hier ist wohl offenbar eines der besseren Stadtviertel. Ne, gar nicht, war das komplette Dach kaputt. Vielleicht war es mal eines der besseren Viertel. Achtung mal, da ist eine Kirche. Da haben wir doch schon eine. Und hügelig ist es hier auch. Vielleicht bin ich ja schon auf der richtigen Fährte. Also ich behaupte, dass es hier jetzt linksrum, dann rechts hoch, dass das vielleicht sein könnte. Naja, das ist es auch, natürlich. Ich habe es gleich richtig gefunden. Einblick auf die Karte und ich wusste, wo das wohl sein muss. Da muss auch niemanden fragen. Hey Sherry, da ist Post hier. Post. Also ich glaube, wir können diesen Hinweis jetzt hier wieder wegtun. Wir haben es ja gefunden. Ein Brief von meinem Bruder Mycroft, Sherlock. Ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du deinen absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende. Und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinem dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich. Mycroft. Warum ist er so interessiert daran, hier nichts weiter zu untersuchen? Ich meine, es ist ja auch seine Mutter gewesen. Nach dem lesen, bin ich sogar weniger bereit, zu Hause zurückzukommen, als vorher. Lass uns unsere Manor. Das ist die Mycroft, die ich weiß. Predictable. Wobei, also, wenn wir mal ehrlich sind, Brüderchen ist ja angeblich genauso schlau und vielleicht sogar noch schlauer. Und es könnte sein, dass der Brief, der hier drin steckte, Sherlock dazu ermutigen soll, das hier alles zu untersuchen. Aus genau dem Grund, dass er hier garantiert nicht das tut, was in irgendwelchen Briefen steht. Das ist sie, unsere alten Manor. Es ist kleiner als ich mich daran erinnern. Du warst ein paar Meter langer dann, Sherry. Oder vielleicht ist es größer, auf der inside. Oh, also, ich finde das schon groß. Erdgeschoss mit zwei Flügeln. Ein komplettes Obergeschoss und ganz oben noch mindestens ein Räumchen. Dachterrasse womöglich. Wir gehen mal rundherum. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ich habe nicht erwartet, dass es hier noch nicht mehr ist. Es war ein Spaß, um die reale Handküfte zu benutzen, um einen Räumchen zu machen. Okay. Das ist dein Spielzeug gewesen. Aus gutem Holz geschnitzt. Was zur Hölle? Johns Tagebuch. Ich liebe es, wenn die Archivsucherei schnell geht. Sherry weiß, wie ich es hasse, wenn wir uns durch staubige Dokumente wühlen müssen. Ich muss sagen, uns wurde ordentlich Paholi geboten. Ich glaube, Sherry musste dieses Mal auf ein paar neue Tricks zurückgreifen. Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Das war noch von der letzten Episode. Und dann ist hier, ah, Erinnerung, das ist neu. Es war schön, wieder auf unseren alten Freund Wooden Joe zu treffen. Er hat sich auch gefreut, Sherry und mich wiederzusehen. Denke ich zumindest. Er ist etwas Wurdkark. Sein Leben scheint die letzten zehn Jahre nicht besonders ereignisreich gewesen zu sein. Aus gutem Holz geschnitzt, eine Erinnerung. Okay, echte Handschellen. Warum werden die so rot vervorgehoben? Das ist verdächtig. Fallmappe. Wir haben den Brief von Brüderchen Mycroft. Und wir haben einen... Einen neuen Hinweis. Ah ja, das hat Mycroft behauptet in seinem Brief. Mycroft sagte, dass Mutter an Tuberkulose gestorben war. Und es ist davon auszugehen, dass dies der Wahrheit entspricht. Warum gibt es dann eine Polizeiakte, wenn jemand an Tuberkulose stirbt? Das passt nicht zusammen. Wir unternehmen mal eine Türe durch den Garten. Tour de Jardin. Die Kiste ist doch relativ groß. Aber guck mal, meine Güte. Wenn du so ein Haus hast, was du da putzen musst. Und irgendwie... Oh. Oh, das ist doch nicht so, was du da mit der Türkulose gestorben warst. Ich weiß nicht, was du da mit der Türkulose gestorben warst. Ich weiß nicht, was du da mit der Türkulose gestorben warst. Wir müssen hier hier sein. Du kannst du noch eine Nacht oder zwei in der Hotelkulose gestorben. Du kannst du da mit der Türkulose gestorben. Es liegt. Oh, gut. Wir gehen nicht. Sie haben noch nie recht. Wir müssen uns nicht noch einigen. Wir müssen uns festhalten. Wir müssen dann enthalten. Ich mach mich. Ich finde es gut. Mir ist gut, Sherry. Diese Barriere, vielleicht ist es mental, nicht physikal. Oder vielleicht sind die anderen von uns einfach durch die Realität, John. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, irgendwo im Garten. Versuch, diese Erinnerung über den Polizisten, Sherry. Konzentriert. Obdachlosen oder sonst irgendwer hier gedacht hat, das ist doch eigentlich eine coole Bude. Also, Schlüssel im Garten. Moment mal, da muss ich doch bestimmt wieder hier irgendwie was anhelfen, gell? Natürlich, John forderte mich auf zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten vor unserem Herrenhaus zu erinnern. Na dann. Wo war denn das? Hier. Der Polizist. Hä? Es war ein set of lockpicks, die wir benutzen, um zu schnauern, in jemandem zu Hause zu erinnern. Das ist das, warum wir uns verabschiedet haben. Hat jemand herausgekommen, um all die Verabschiedung zu verabschieden? Es war Mycroft. Er hat alles übergebracht, und hat den Polizisten nicht zu verabschieden. Der Polizist ist weg und nicht zurückgekehrt. Aber wir mussten ein ernstes Gespräch von meinem Bruder. Mycroft war nicht froh, dass wir uns verabschieden waren. Das war's, wie er uns verabschiedet hat. Okay, also die Asche war auch nur eingebildet. Interessant. Und Brüderchen Mycroft hat den kleinen Bruder angestiftet, aus irgendeinem Haus einen Brief zu stehlen. Das ist ja auch interessant. Ja, da ist es wieder. Ein paar Bilder hängen noch. Das ist erstaunlich. Und John suchte einen Chaiselon, hat aber nur eine Säule gefunden. Home sweet home, Sherry. Auktionsmitteilung. Hier mitteilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewall-Männer stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. Und ich fragte mich, warum es hier so leuchtet ist. Es könnte eine kleine Chance sein, dass ein paar unserer Gebäude zwischen den lokalen Verbrauchern gefunden werden könnte. Es ist wertvoll, einen Blick, nicht wahr? Ein neuer Fall. Such überall auf der Insel Händler auf, um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Ausrufezeichen auf der Karte, die erscheinen, sobald ein Händler neue Ware anbietet. Okay. Lasst uns checken. Was denkt John darüber? Hier, Dokumente. Die Auktionsmitteilung. Genau das haben wir gerade gesehen. Und hier die Erinnerungen. Ärger mit der Polizei. Etwa zwei Monate nach unserer Ankunft auf Cordona wären Sherry und ich beinahe im Gefängnis gelandet, nachdem wir bei einem Einbruch erwischt worden waren. Als der Polizist uns nach Hause brachte, war Mycroft der Trubel im Vorgarten nicht entgangen. Und er eilte hinaus, um die Sache mit den Polizisten zu regeln. Der Officer ging und kam nie wieder. Im Anschluss daran nahm sich Mycroft Sherry zur Brust. Nicht, weil wir einen Eindruck begangen hatten, sondern weil wir dabei erwischt worden waren. Mycroft selbst war es gewesen, der uns den Auftrag gegeben hatte, in das Haus einzubrechen und einen Brief zu stehlen. Er maßregel seinen jüngeren Bruder zwar, war jedoch auch froh, dass wir den Brief an uns bringen konnten. Das ist ja auch interessant. Fallmappe? Das leere Haus. Hier. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Kurz nachdem wir Cordona vor zehn Jahren verlassen hatten, wurden einige unserer Habseligkeiten bei einer öffentlichen Auktion versteigert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, die Sachen wiederzufinden, sollten wir dennoch die hiesigen Händler abklappern. Vor zehn Jahren, wow. Da brauchen wir Geld, Sherlock. Ich weiß nicht, ob 602 Geldeinheiten hier irgendwie besonders viel sind, wenn eine einfache Tageszeitung eine Geldeinheit kostet. Lampe? Nichts Besonderes. Oh, da drüben. Ei, 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 überall. Überall. Der blaue Koffer. Hey, das ist das Gepäck, das wir von London gebracht haben, nicht wahr? Home sweet home, Sherry. Der Typ ist so schräg. Meine Tageszeitung von Anno Tau, Tobak, oder? Über den Tod von Violet Holmes, 10. April 1869, Tragödie im Stonewood Manor. Mrs. Violet Holmes, die Witwe von Siger, Morland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stone Manor wohnhaft bleiben. Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Aha. Die Polizei leiteten nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein. Gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Okay, also sie hatte Kubatulose, genau. Also Kubatulose ist eine ganz schwere Krankheit. Also sie hatte Kubatulose und war in schlechter körperlicher Verfassung. Dennoch heißt es, dass sie unerwartet verstarb. Also so schlecht kann die körperliche Verfassung nicht gewesen sein, dass man ständig mit ihrem Tod hätte rechnen müssen. Außerdem hat Sherlock hier gar nicht seine Jugend verbracht oder seine Kindheit, denn der hat hier kaum ein Jahr gelebt. Da Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Also 1868 hat sie das gekauft. Zwei Monate später war die Geschichte mit dem Einbruch und dann wiederum zehn Monate später war die Geschichte mit dem Tod. Dann war die Beerdigung und dann bestand Mycroft darauf, dass sie nach London zurückkehren, wo sie wohl vorher gelebt hatten. Vor dieser Cordona-Episode. Oh ja. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Wir haben einen, ach ja, einen neuen Gegenstand. Einen Zeitungsartikel. Ja, gut. Bücher. Die waren wohl offenbar nicht so wichtig für irgendwelche Auktionsbesucher. Und diese Flaschenalkoholiker wohl auch nicht. Wobei die Frage ja sogar ist, wenn die Homes hier nur ein Jahr gewohnt haben, ob nicht manche dieser Dinge nicht sogar noch vom Vorbesitzer standen. Weil so eine Bude leer zu ziehen, komplett, ist es ja auch ziemlich schwierig, wo willst du das ganze Zeug hinbringen. Jetzt müssen wir wieder diese Asche weghauen. Diese Bilder. Ah, ein Kästchen ist da noch. Ach nee, der Schirm. Hä? Ein Schirm? Also irgendwie gibt es da schon gewisse Spannungen zwischen den Brüdern, oder? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja. Ah, hier. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like deja vu. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Hm. John wollte wissen, ob ich mich an unseren ersten Tag auf Cordona erinnere. Wir kamen am frühen Morgen an. Es regnete gerade. Also, wenn... Also, ich bin mir ja nicht sicher, ob das John so ausdrücken würde. Aber wenn es John damals schon gab, dann kann Johns Erscheinen nichts mit dem Tod der Mutter zu tun haben. Allerdings, da John ein imaginärer Freund ist, ist es schon denkbar, dass er es so formuliert, dass er immer im Sinne von wir spricht. Und nach dem Motto, ich bin ja schon immer da gewesen. Also, wir müssen uns an irgendwas erinnern. Da ist was. Das war eine Herausforderung für unsere Mutter. Ich versuche, zu helfen. Mhm. Die Mutter hat eine Menge von物件 mit ihr gebracht. Sie hat eine einzige Sache in London verlassen. Mycroft hatte die ganze Zeit mit ihr. Es war immer ein Hatt auf unserer Seite, aber ich bin sicher, dass es nicht mit dem Mikroft war. Du fühlst es? Ist es die Luft schmerz, oder ist es meine imagination? Was können wir uns aus dem, was er uns erzählt hat, woran er sich erinnern kann, was können wir daraus schließen? Nee. Brüderchen Mycroft? Wer ist denn das? Ist das irgendein alter Mann? Nee. Also, angeblich hat sich ja Mycroft den ganzen Tag um dieses Zeug hier gekümmert. Nee. Es hieß, Sherlock hat sich versucht, um seine Mutter zu kümmern. So habe ich das verstanden. Und da sitzt hier, John. Der Sack. Und demzufolge muss dieser Hut, wenn er nicht Mycroft gehört und natürlich auch nicht dem Kind Holmes, irgendwem anders gehört haben. Zum Beispiel diesem Typen. Wer auch immer es ist. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Danke, Dr. Richter. Nein, Sherlock, weg von ihr. Upstairs, geh zu deinem Raum. Lass mich auf, Mutter. Geh deinen Zeit. In der Wahrheit, ich habe sie nie gehört, sie kuscheln. Ich erinnere mich. Seltsam. Ankunft auf Cordona. Es regnete an dem Tag, an dem wir früh am Morgen auf Cordona ankamen. Sherrys Mutter war schwach und ziemlich wackelig auf den Beinen. Daher wollte er ihr helfen. Mycroft war gerade mit dem Gepäck beschäftigt. Doch als er sah, wie sein kleiner Bruder versuchte, seiner Mutter zu helfen, trug er ihm auf, nach oben auf unser Zimmer zu gehen. Vielleicht hat sich was Ansteckendes. Also Tuberkulose ist ja ansteckend, aber sich hustet ja auch irgendwie nicht. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesen ein, Otto Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sicher glauben, dass Violett an Tuberkulose leidet. Sherry wurde inzwischen klar, dass er sie damals nie hatte Husten hören. Das kann irgendwie nicht sein bei Tuberkulose, oder? Oh, ich fühle mich nicht. Es ist so kuschelig hier, nicht wahr? John, bist du okay? Ich werde in einem Moment okay sein. Wie geht's, wir finden unsere Zimmer in der Zwischenzeit? Auf welchem Teppich standet ihr gerade, Freunde? Da war ein Teppich, ich hab's genau gesehen. Oh, komm, dieser Schirm hier. Geht's dir gut, Hase? Lass es tun, Sherlock. Ja, langsam. Wir haben neue Dinge, die wir nochmal zusammenfassen wollen. Erinnerungen. Ankunft auf Gordona, das, was ich gerade vorgelesen habe. Okay, können wir ja nachlesen. Fallmappe. Meine Gedankenspiele scheinen in die reale Welt gesickert zu sein. Irgendetwas in meinem Geist hindert mich daran, einige Räume zu betreten. Vielleicht lösten sich diese Blockaden auf, wenn ich mich an mehr erinnere. John schlug vor, dass wir unser damaliges Zimmer finden. Ich glaube, es war irgendwo im oberen Stock. Ja, das ist Nahlied. Gedankenspiele. Mutter starb an Tuberkulose angeblich, sagt Mycroft. Meine Mutter litt nicht an Tuberkulose. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals stark husten gehört zu haben. Das ist ja irgendwie... Eine Verbindung. Mycroft hat gelogen. Mycroft verschleierte die Wahrheit über Mutters Tod und tischte mir die Tuberkulose-Lüge auf. Ganz genau, so sehe ich das. Unsere erste Kombination in diesem verworrenen Fall. Aber der Mutter ging es ja offensichtlich schlecht. Und dieser Doktor Otto Richter, der sagte sinngemäß, die Nachbarn würden glauben, sie litte an Tuberkulose, was sie dann aber offensichtlich seiner Kenntnis nach nicht tut. Sonst würde er sich ausdrücken nach dem Motto, die Nachbarn werden schnell feststellen, dass sie an Tuberkulose leidet oder so etwas. Oder die Nachbarn werden sich zusammenreimen, dass sie an Tuberkulose leidet, nicht die Nachbarn werden denken, dass sie an Tuberkulose leidet. Das ist ja irgendwie eine andere Formulierung. Okay, wir können nach oben gehen, das Kinderzimmer aufsuchen und dort vielleicht die nächsten Dinge rekapitulieren. Aber das würde ich mir gerne aufheben für eine frische Episode, denn das möchte ich inhaltlich auch nicht unterbrechen. Ich denke, wir sind gut vorangekommen, haben hier jetzt das Häuschen, in dem wir noch einiges werden untersuchen müssen. Und das wird uns vor einer Weile begleiten über das ganze Spiel hin. Ich denke ja, dass wenn wir irgendwelche Einrichtungsgegenstände finden, dass wir die dann hier wirklich im Haus dann auch wiedersehen und wiederfinden. Dazu brauchen wir aber auch Geld. Wobei ich irgendwie auch unsicher bin, ob Sherlock jetzt wirklich, wenn er hier nur zehn Monate in diesem Haus gewohnt hat, ob es irgendwie so eine emotionale Bindung zu diesem Haus jetzt hier gibt. Oder auch Cordona relativ abgelegen zu sein scheint. Das ist ja das Nächste. Nun gut, es gibt viel zu untersuchen, vieles zu hinterfragen. Und damit machen wir weiter im nächsten Teil. Bis dahin!